hallo liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu meinem meinem halloween projekt und zwar das heißt soul dimension meine ich mal so und das hier haben wir jetzt im letzten video gefunden hier so so crazy shit ich wette mit euch ich falle durch gleich da da fliegt da fliegt zack we found all the pieces i know you can't see them but they are real and scary daisy what is this place how can i take you away from here it's too late quick put the photo back in the living room okay what the hell is that what the hell are you fuck you ich glaube schon kann ich die durch nicht verpiss dich vogel back in the living room kann ich nicht alter man lass mich in ruhe warte mal warte mal leuchte den weg alter kann ich ne vogel komm her komm her du missgeburt dann kann ich ihn töten komm herr jetzt tut doch weh jetzt steh k k k k k k k k k Ich bin jetzt nicht in die Hose. Hast du es geschafft oder was? Leute, wo ist meine Taschenlampen? Es ist doch... Was ist falsch mit diesem Ort? Leute, ich... Ich muss erst zurück in die Wohnung gehen. Huh? Woher kommen diese Fußgaben? Was? Da ist sie wieder! Was? Wenn ich laufen könnte, würde ich laufen, ne? Wenn ich... ...laufen könnte... ...dann würde ich laufen. Da ist er, da haben wir es doch. Zack, zack, zack... Hodo! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Okay. Was ist passiert? Oh. Daddy! Help! 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 Ich kann nichts machen. Das ist wie so ein Video oder so. Ja, sieht cool aus. Was ist das? Das ist dieses... Genau. Na, wo ist meine Taschenlampen? Ich leuchte dich weg. Wir werden uns bald sehen. Kann ich weg? Ja! Episode 1. Coming soon. Was ist das denn? Ist das, äh... Nur so ein Demo oder was soll denn der Scheiß? Ich weiß nicht was machen. Hm. Ja, das hat nur ein Demo. Das ist aber... Das ist aber... Jetzt bin ich aber... Ähm, ja... Jetzt... Jetzt... Jetzt bin ich aber, ne? Alter... Jo... Kann ich ein anderes auswählen oder so? Wenn ich da hin gucke, dann leuchten die. Wenn ich aufhöre zu gucken. Okay, die Uhr. Die Maske. Ähm. Ja, toll. Ist das... Episode... Episode 0 wieder. Jo, das, äh... Fängt wieder von vornherein, ne? Komm jetzt. Ich weiß... Toll, ey. Ich brauche jetzt weitere Episoden. Ja, Leute. Tut mir echt leid, ey. Das war jetzt echt nicht so geplant. Aber das gefällt mir. Ich werde mir... Jo... Wir sind wieder da. Ich werde mir auf jeden Fall mal... Ich hatte doch hier irgendwie eine Kassette. Ach, die da hinten. Jo... Ich werde mir auf jeden Fall mal die weiteren Episoden holen. Falls die, äh... Ja, irgendwann mal kommen, ne? Äh... Erstmal... Aber erstmal, ne? Ist, äh... Jo... Jetzt Ende. Ne? Tut mir leid, äh... Jo... Ich werde mal danach gucken, suchen, äh... Und mir weitere Episoden runterladen. Jo... Und... Solang... Happy Halloween euch, ne? Und, äh... Wir sehen uns dann beim... Beim, beim, beim... Ja... Was weiß ich... Sommer oder... Vielleicht hier bei dem Spiel wieder. Jo... Sobald ich umgezogen bin, Leute... Wird sowieso, äh... Von mir was mehr rauskommen. Tut mir leid, äh... Dass ich jetzt, äh... Wirklich... Nicht so viel hochlade und... Nicht so oft bei YouTube bin, äh... Und meine Kollegen unterstütze. Tut mir echt leid. Ähm... Jo... Aber es geht momentan nicht anders. Ähm... Jo... Wie gesagt... Sobald ich in der neuen Wohnung bin... Werde ich mich auch wieder ins Zeug legen. Und, äh... Ja... Dann, äh... Werden wir uns auch... Vielleicht mal öfter sehen. Macht's gut und... Jo... Bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute. cómo hat sich das fertigvandemien? Ach yeah.